moin ja der sechste tipp ist habe ich in der hand was buntes ja ihr seht das ist ein kinderpool der ist schön weich der ist unten gefedert man sieht es und der hat natürlich auch ein rand der ist aufblasbar ja für was nutze ich den als abhackmatte das ding ist ganz günstig spiele spiele discounter sozusagen für 12 euro glaube ich aufblasbar kann man so mitnehmen und funktioniert seht ihr hier ja das war der sechste tipp einen habe ich noch morgen wie immer 14 uhr schaut mal rein tschüss